Willkommen zu meinem ersten Part. Ich einfach auch verbessere dich. Minion Wash. Ihr seht es ja auch schon. Dieses Spiel habe ich schon sehr oft neu runtergeladen. Sechs mal oder noch öfter neu runtergeladen. Da lässt sich die App noch öffnen und so. Ich werde auch ein bisschen lauter. Ich denke, jetzt muss ich noch ein bisschen lachen. So. Gut. Hat man so ein Trainings Kämpfchen hier. Ja. Wer das nicht weiß. Spiel leider gehört. Oh, ist das blöd. Oh, ne. Alle fünf Sekunden, alle drei Sekunden leckt das. Oh, ne. Oh. 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 Was soll denn das? Naja. Ich glaube, ich fang kack jetzt mal, weil das ja ähnlicher bringt. Oh. Das ist blöd. Oh nein. So. Das war pure Absicht. Boah. Stock das. Was? Was? Mega Minion? Lol. Clash Royale Kopie. Ne. Das gab es schon vor Clash Royale, das Spiel hier. Das war mein erstes Spiel auf dem Handy. Mein erstes. Schade, dass ich die Daten vom ersten Mal nicht noch mal drauf habe. Ist einfach nur schade. So. Jetzt hangen wir mit Level 1 an. Oh, aber ich schmack es nicht so weiter. Ich schmack es nicht so weiter. Also ich drück drauf. Erhalte Früchte, indem du Ziele erziehst. Ja. Wow. Oh. Wer das nicht weiß. Stockt hier aber ganz schön. Sorry dafür. Bei mir ist es gerade 23.14 Uhr. Ja. Das ist keine Lüge. Das seht ihr auch hier oben. Seht ihr? Tja. Oh ne. Stockt wieder richtig. Boah. Ich glaube auch in der Aufnahme kann man das auch sehen. Hier ist Stockt. Wo ich mir ein Video von mir angesehen habe. Ich hab dich auch gesehen auf meinem Computer. Oh, stopp das. Nehme mal feierlich. Oh, ich hab dich auch mal ne dumpfe Kacke. Oh. Was ist mit meinem Handy los? sie sind back hier ist denn das ich wollte das video schon fast beendet nicht reicht zweites ziel erreicht ok ich habe gewonnen ich will auch gerne ein paar level spielen aber es reicht mir spack zu doll so max ziel erreicht aufnahme läuft jetzt schon fast sieben minuten selbst das spiel so bleibt meine güte ich denke damit beende ich jetzt auch den part minin wash ich einfach unverbesserlich minin wash das lädt hier mal wieder sehr lange kann man die mal auf den haupt bildschirm und ja wenn es euch gefallen hat dann könnt ihr da oben lassen und ja bis zum nächsten mal tschau